so und weiter geht's sofern die aufnahme läuft scheint sie zu tun so war ich jetzt mir ist gerade vorhin eingefallen dass ich hier ja eventuell sowieso so eine art holzemphore einmal darum bauen wollte und das könnte ich ja theoretisch statt der erde auch einfach mal machen wenn ich denn noch entsprechen das holz habe dafür brauche ich was da mit der stimme los auf jeden fall die tolls hier das nehme ich einfach jetzt war so mit zweifel kann ich mir noch mehr machen und geländer war ich dann ja auch noch jede menge habe ich noch eine spitze nein habe ich natürlich nicht also noch mal wieder zurück 2 3 1 2 3 und 2 3 1 2 3 1 2 3 wir haben ja noch ein paar ebenen dazu wegzuschubbeln das bedeutet ich brauche ja auch noch ein paar spitzhacken mehr so nun soll aber auch recht gut sein er für die erde habe ich wahrscheinlich jetzt nichts mehr weg schaufeln naja noch eine eisenschaufel ok ok so ist doch das mache ich glaube ich gleich mal mit der schaufel aber erst mal kann ich ja die äußere reihe kurz machen das passt ja super die beiden mache ich jetzt aber mit der hand weg oder im holzblock ja die ranken ranken alles voll hier das ist immer so ein bisschen störend finde ich reicht das in der breite oder müssen wir es nachher noch ein breiter machen das war jetzt nicht gut das war nicht gut naja das war ja nicht das erste mal dass ich gefallen bin ich weiß ja wie das funktioniert also genauso wie falsche blöcke setzen das kann ich auch hervorragend aber hier möchte ich jetzt glaube ich nicht runterfallen hier möchte ich dann nicht mehr runterfallen ich glaube dass das nachher ganz nett aussehen könnte theoretisch weg damit wischen holz habe ich noch reicht das noch das reicht gar nicht mehr oder reicht das noch könnte eigentlich noch reichen aber ich bin mir nicht ganz sicher ach jetzt muss ich auch darauf aufpassen dass ich hier die richtige reihe erwische das ist ja manchmal nicht so einfach zu sehen aber ich glaube hier ist noch alles alles gut ach das sieht bestimmt nachher voll klasse klasse aus irgendwie hoch machen wir dann den durchgang nachento Macho oder machen achte quatsch zwei hoch quark das ist ja komplett weg 1 Name ziemlich schlecht jetzt schon machen Ich muss ja dann nur die Treppe dicht bauen, dann kann hier ja eigentlich auch nix mehr, nix mehr irgendwie reinkommen. Oh, oh, Entschuldigung. So. Na ja, dann haben wir gleich mal die Aussicht auch ein bisschen verbessert. So. Dupi-li-dup-di-dup. Dann kann ich ja auch hier die Treppe... Joa, dann mach ich da gleich irgendwie vielleicht... Ah, nee, für so'n Tor ist es doch etwas zu breit, äh, es ist, äh... Hm... Aber ich kann mal gucken, ob mir denn dieser Rundgang in der Breite reicht. Ich vermute ja fast, dass das nicht der Fall ist, sondern dass ich den noch einen breiter machen möchte. Aber erstmal muss das hier vernünftig schön erstmal weg. Ein, zwei, drei, vier und dann auf der anderen Seite bitte auch. Ach, da ist das schon weg, okay. So, das muss weg und das muss weg. Ja, 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 da muss der vielleicht auch noch weg. Äh, obwohl wir dem... So, wie breit muss das jetzt? Noch ein breiter? Muss das echt noch ein breiter? Wenn ich das noch... Ja, ich glaube, wenn ich das noch ein breiter mache, ist das irgendwie besser. Mal gucken, wie das denn so im Ansatz aussieht. Ich kann das ja mal hier so ein bisschen antesten. Drei, vier, fünf... Und zwei... EIN! Jetzt komme ich da natürlich nicht wieder hoch. Ich depp. Gib mir sofort irgendwie hier... Ach, naja. Dann kann ich ja auch erstmal hier unten noch ein bisschen weiterhacken. Oh, ja, und da muss ich dringend irgendwann nach oben aufs Dachmühl klettern und die Racken da wegmachen. Das ist... Da können nachher gerne welche an den Wänden sein, aber jetzt hier beim Bauen finde ich die dann doch eher störend. Eher störend. So, weg, 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 weg. Dann haben wir ja gleich noch eine Ebene. Das ist ja schon mal sehr, sehr schön. Ich glaube, ich sollte hier auch irgendwie ein paar Fackeln setzen, weil ich will hier ja keine Mobs spawnen haben. Zack. Zack. Geh mal ein bisschen Erde in die Hand nehmen. Naja. Da, 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 da reicht ja. Vollkommen. Ja, ich glaube, wenn ich das hier mache und doch, ja, das ist okay. Dann brauche ich noch ein bisschen Holz. Da und da zu futtern habe ich gerade noch genug. Also, es ist eigentlich nicht so schwer, einen Block zu setzen, aber man kann auch das noch falsch machen. Racken kriege ich wieder weg. Ja, gut. Ich glaube, die wächst nicht nach. Die können auch erst mal weg, bitte. So. Aber die wachsen natürlich wieder nach. Die da, kriege ich die so weg, dass sie nicht nachwächst? Nein, kriege ich nicht. Dann mache ich es erst mal so, dass sie halt noch nachwachsen kann. Hauptsache, hängt mir hier nicht mehr im Weg rum. Auch hier ist das ja voll. Achso, da war ja auch noch der Baum, den ich da irgendwie, der da so doof noch hing. So, dann sind wir gleich hier mit durch. Können wir da noch ein Geländer machen und dann können wir die Fackeln noch setzen. Und dann sieht das ja schon mal gar nicht so verkehrt aus, oder? Vielleicht versetze ich die Tür noch nach da. Das muss ich nochmal überlegen und dann kommt man hier rein. Hier geht es dann runter. Nach rechts und nach links. Also eigentlich nach unten, aber über rechts und links. Ja, so, Geländer. Geländer habe ich mit Sicherheit noch nicht genug jetzt. Aber egal, was da ist, wird jetzt erst mal verbraten hier. Reicht ja vielleicht. Reicht ja vielleicht. Nee, reicht natürlich nicht. Für eine Ebene. Nein, tut es nicht. So, jetzt muss ich das da mal eben wegmachen und das. Und dann lege ich mich mal hin und pende runter. Gut, ne? Ja, kleines Mieterkättchen. Jo, jo, jo. So, da muss ich wohl mal ein bisschen was an. Sticky ist mir bound. Weil ich brauche ja Geländer. Da, so, 64. Mal gucken, wie weit da drei. Ein Creeper. Okay, ich riskiere was. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und jetzt aber. Puh. Hm. Hä? Er ist doch bestimmt von oben gekommen. Ja, da muss ich wohl doch irgendwie die Decke noch machen. Ach komm, hier, den machen wir auch gleich dicht. Alles hier mühsam gebaut. Da kann doch nicht einfach so ein Creeper kommen und wir das alles kaputt bomben wollen. Ach, einer zu viel. So. Sieht doch schon ganz nett aus. Oben fehlt noch Decke. Jo, jo, jo. Eitsi, äitsi, 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 äitsi. Schön, schön, schön. So, okay. Ja, mache ich jetzt hier weiter oder mache ich draußen weiter? Hallo, Mieter Kätzchen. Wenn ich einen Ocelot sehe, mache ich draußen weiter. Miau. Ich sehe aber keinen Ocelot. Du willst bestimmt einen kleinen Ocelot-Freund haben, ne? Ja, willst du? Ui, 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 ui. Später. Ich mache drinnen weiter. Oder mache ich oben bei der... Wie viel Holz habe ich denn eigentlich wohl? Wie viel, wie viel, wie viel? Ach, das, ich glaube, das nehme ich mal erst mal mit. Habe ich noch ein bisschen mehr. Mal gucken, was kann denn weg? Erde brauche ich nicht mehr ganz so viel. Kabel reicht so. Zäune brauche ich im Moment gar nicht. Das auch nicht. Den Rest behalte ich, glaube ich mal. Nochmal eine Erde mit, oder zwei. Und dann noch den da. Und jetzt muss ich mal irgendwie auf die... Auf die... Auf das Haus rauf. Da kann ich ja gar nicht mehr raus. Das habe ich ja schon dicht gemacht. Hm... Na gut, dann von außen. Irgendwie muss das gehen. Vielleicht von hier. Okay. Irgendwie muss ich da jetzt hoch. In der Hoffnung, dass mir hier nichts Böses über den Weg läuft. Nichts Böses in Sicht? Nein. Gut. Hier ist schon überall Dach. Da nicht mehr. Aber ich fange von außen an. Vorsichtig, vorsichtig. Hier geht es überall tief, tief, tief runter. So, opzala. Da geht es auch tief runter. Egal, muss ich. Ohla, das tat weh. Ach, naja, egal. Weggeworfen ist. Halt weggeworfen. So, erstmal kann jetzt hier die blöde... ...dingens da weg. Die Ranke. So, da ist die Ranke. Zack. Dupdi-dupdi-dupdi-dup. Dup-dup. Dup-dup. Vielleicht sollte ich auch gleich hier oben... Obwohl, nee, ich brauche da gar keine Fackeln setzen, weil das ist ja egal. Wenn das Dach dicht ist, können da ja auch keine Mops mehr runterfallen. Ja, das geht ja viel besser von hier oben. Da drinnen ist es dann bestimmt gleich voll dunkel. Und vielleicht muss da auch noch... Entschuldigung. Vielleicht muss da auch noch eine Schicht Erde drüber. Aber das weiß ich so noch nicht so genau. Dupdi-dupdi-dupdi-dupdi-dupdi-dupdi-dupdi. Doch, da muss der da wohl weg. Ah, zack, zack. Ich möchte ja so wenig Laub wie möglich von dem, was hier oben noch ist, wegmachen müssen. Oh, der kann da bleiben. Nein, ich habe kein System, wie ich hier die Bauchstämme setze. Ich mache das halt einfach irgendwie jetzt. Ja, vielleicht hätte ich das mit Systemen etwas besser noch machen können. Aber naja, gut. So, du musst da mal eben weg. Geht ja doch. Einigermaßen geht es ja. So, mal eben. Da hinten komme ich gar nicht ran. Muss ich da mal so gucken. So komme ich da hinten aber ran. Okay, habe ich denn noch 27? Das reicht ja nicht. Müsst aber auch. Ja, ihr müsst da mal weg. Ähm, da, 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 da. 11, 10, noch 9, noch 7. Da,hingo. Na, okay. Ich bin ja mal gespannt, ob ich hier gleich wirklich alle erwischt habe. Nein. Puh, das war knapp. Das war auch knapp. Das war so knapp, dass es nicht mehr ging. Da habe ich wohl einen zu tief gesetzt. Jojojo, guckt ihr da. Lieb und brav, ihr kleinen Hunde. Da komme ich ja so nie ran. Nee, unter mich nicht. So. Zack. Weg, weg. Weg. Na los, komm. Und die soll wieder auch weg. Na, kriege ich die? Die kriege ich aber nicht mehr, ne? Nein. Naja, dann nicht. Ja, ein bisschen was fehlt da noch. Das sieht aus, als wäre ich da oben einem Creeper begegnet. Jojojo. Ach, dann kann ich hier mal eben ein bisschen... Habe ich Kappel dabei? Schauen, da habe ich doch immer ein bisschen Kappel in der Tasche. So, tak, tak, tak. Dann kriege ich... Den kann ich doch besser. Nein, nicht mit so... Ach, kann ich doch. Klar, damit... Ein Höhlen-Geräusch. Ein bisschen beunruhigend hier gerade. Oh, weg. Na komm, kriege ich doch. So, zack. Weg. Ja, dann hole ich mir die doch nochmal eben kurz. Das hier muss nachher auch weg. Lalalala. 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 Hey, die soll auch weg. Kommt denn die da hin? Ja, noch mehr Kappel, aber ich bin noch nicht tief genug. Ich bin ja noch nicht tief genug. Aber erst mal muss auch das hier weg. Das muss weg. So. Das. Und dann kann ich mir auch schon so langsam mal überlegen, wie ich denn hier die Treppe bauen möchte. Und mache ich die Bude nur bis da oder mache ich sie auch da drunter noch? Ich glaube da drunter, nein, ich mache sie bis hier und da drunter kann ich noch einen Raum bauen oder so. Und dann habe ich da wenigstens ein bisschen Platz, den ich sinnvoll nutzen kann, in der Hoffnung, dass da keine Höhle ist. Hier sind immer so viele Höhlengeräusche. Oh. Habe ich noch eine spitze Hacke. Da. So, 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 so. So, dann kommt das da auch gleich für die Kabelwand weg. Das auch und den hier auch. Wobei ich nicht weiß, ob der wirklich weg muss. So, weg, 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 weg. Ok, weg, 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 weg. Kleinen Augenblick mal bitte. So, ja, dann werde ich nochmal eben die Aufnahme kurz unterbrechen. Vielen Dank.